Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal der Firma Kettner Edelmetalle. Mein Name ist Dominik Kettner und ich habe heute ein Memoir an ihre Kindheit, vielleicht auch an aktuelle Tage. Das eine oder andere Elternteil ist vielleicht auch schon mal draufgetreten und musste dann fluchen. Aber ich zeige Ihnen jetzt mal, was mit diesen Barren für tolle Erinnerungen wieder hochkommt. Deswegen schauen wir uns das gemeinsam an. So, und dann haben wir Ihnen schon den, ich wollte schon fast sagen, Lego-Barren. Es ist kein Lego-Barren. Lego ist eine eingetragene Marke, die selbstverständlich nicht zuständig ist für diesen sogenannten Building Block, Bauklotz. Das kommt aus dem Englischen. Und zwar haben wir hier eine halbe Unse im Vordergrund, eine Troy-Ounse, also eine Feinunse mit einem Feingehalt von 999er Feinsilber. Wer, wie ich, in seiner Kindheit ständig mit Lego zu tun hatte, der weiß auch, wie viel Emotion dahinter steckt, wenn man ein fertiges Gebäude hat und der Freund oder die Geschwister das zerstört hat. Hier haben Sie wieder mal die Möglichkeit, auf edelsten, hochwertigsten, elitärsten Niveau, will ich fast schon sagen, ihre eigene Burg oder ihre eigenen Figuren zu bauen. Denn dieser Lego, in Anführungszeichen Lego, dieser Bauklotz, den man hier sieht, der ist so, dass man ihn wirklich übereinander stecken und stapeln kann. Die Firma MK Bars in den USA, die prägt das. Die prägen oftmals solche außergewöhnlichen Stücke. Und ich wollte es Ihnen einfach deswegen nachführen, damit Sie weiter in die Vielfalt der Edelmetallmaterie kommen. Sie sehen, hier handelt es sich nicht um ein absolut hochwertig gefertigtes Produkt, sondern es geht wirklich darum, dass man einen Bauklotz hat, den man Stück für Stück auf den nächsten Stein setzen kann. Wir haben uns das Produkt ins Sortiment genommen, weil immer mehr Menschen kommen, die auch noch außergewöhnlichen Produkten suchen. Und hier bekommt man zu einem günstigen Preis ein Stück Silber, das auch noch eine Funktion hat, und zwar eine halbe Unser Silber, die zu einem sehr günstigen und erschwinglichen Preis im Onlineshop zu finden ist. Dazu klicken Sie einfach unter dem Video auf den Link und dann gelangen Sie schon zu dem Produkt. Ich muss Ihnen ehrlich zugestehen, ich habe mir mal ein paar von diesen Bachern gekauft und angefangen zu stapeln. Die Problematik ist, meistens geht einem dabei das Geld aus. Also wenn Sie große Baupläne haben, empfehle ich nicht unbedingt, den Silberbachern zu kaufen, es sei denn das Portemonnaie, ich wollte schon das Portfolio sagen, Ihr entsprechendes Portemonnaie und Ihr entsprechendes Budget lässt das zu. Schicken Sie uns bitte mal ein paar Bilder dazu, was Sie daraus gebaut haben, dann werden wir die entsprechenden Bilder gerne auch bei uns im Onlineshop mit einbinden oder hier so die Video verlinken. Ich würde mich sehr freuen, da vielleicht ein bisschen Feedback von Ihnen zu bekommen. Schreiben Sie auch mal Ihre Meinung unter das Video und geben Sie mir einfach Feedback, ob Sie genauso verspielt sind, vielleicht noch ein bisschen Kind geblieben sind oder ob Sie von dieser Idee gar nichts halten. Das kann ich Ihnen auch nicht übel nehmen, denn Silber ist ja grundsätzlich erstmal ein klassisches Anlagevehikel und in dem Fall haben wir natürlich das ganze Anlageprodukt mit einer Idee und einem Konzept verknüpft, das es so bis heute nicht gab. Ich finde es toll, ich lasse einen Daumen hoch da und bis bald. Ich freue mich, dass Sie bis zum Ende dran geblieben sind. Für den einen oder anderen, der sich vielleicht daraus sein Privatdomizil bauen möchte, wir haben noch eine ganze Menge, also kommen Sie gerne bei uns in den Onlineshop. Unter dem Produkt finden Sie natürlich den Link, unter dem Video finden Sie den Produktlink zum Produkt im Onlineshop und zu weiteren Informationen, wenn Sie eine Beratung wünschen, vielleicht noch eine passende Geschenkidee suchen für den einen oder anderen Anlass, rufen Sie uns gerne an, die Nummer ist eingeblendet, dort erreichen Sie unser gesamtes Team, einschließlich mir. Würde mich sehr darüber freuen, wenn Sie mir einen Daumen hoch da lassen für das Video, wenn Sie unter dem Video mal Ihre Meinung dazu schreiben und ganz wichtig, noch nicht ausschalten, bitte den Kanal abonnieren. Wir freuen uns immer über neue Zuschauer, die regelmäßig hier begrüßt werden dürfen. Bis bald und auf Wiedersehen, machen Sie es gut, Tschüss!